Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge TechItLight mit dem ZUZUHD. Hallo und der erste goldene Redstone-Chip-Satz ist fertig. Jetzt geht's an den nächsten. Alter, das ist so behinderte Scheiße. Wirst du von morgen Mittag noch fertig? Was meinst du? Ja, einfach so. Es geht schon viel schneller, gell? What? Ja, Junge! Das habe ich schon darauf angestellt, extrem lange zu Wort. Ey, wo hast du diesen Elektrolyzer? Ich bin gerade dran. Ah, hast du die Holzkohle hingetan? Äh, ähm, weiß auch nicht, wieso? Ja, schön. Legst du dich einfach das nächste Mal hier in die Kiste. Wenn du meinst. Ich meine nicht nur ich meine es ernst. So kommt diese Kacketzen an. Ich gehe nochmals. Ja, schlafen. 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 Junge, wir haben jetzt 8 Millionen Strom. Oh, also EU. Bad. Schlafen. Du besser. Junge, danach dieses super Fail-Arm-Kündigungsvideo. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Äh, hä. Äh, bearbeiten und dann rendern und so. Alter, jetzt mal. 10 Minuten lang Scheisse. Ähm. Was mach ich? Ich hab vergessen wie man ein, äh, Machine Book Crafted. Ernst? Ah. Mit 9 Refined Iron. Mit 8? Ja, mit 8. Das meine ich ja. Ja, ja, ja. So kraftlos. Also Elektrolyse. Junge, weißt du was das erste ist, was unser... Was? Bin ich behindert? Ja, wissen. Junge, hier hat es Uran. Das baut unsere Query ab. Und jetzt erstellt unsere Query den Umriss. Ah. Ah. Also Junge. Junge? Ja? Was hab ich jetzt getan? Warum? Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt unnötig einfach mal gecraftet habe. Was? Und zwar ein Maschinen... also erweitert ein Maschinenblock. Ja, ich hab... Was gar nicht nötig gewesen wäre, weil ich einen einfachen Maschinenblock brauche. Ich hab mir schon gedacht, schon was, dass du den kraftest, aber... Ich hab's nicht gesagt. Weil ich mir dachte, du findest es dann schon noch heraus. Ja. Super, hab ich das getan. Ja, jetzt haben wir einen nach oben. Was ist denn? Alle Maschinen... aha. Hä, verstehst du? So... Wo kommt der jetzt hin? The... 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 ...und ein Wasser. Ne, dann brauchst du seine... So eine Wasserzelle. So... Wie macht man die? Äh, mit diesem Team? die zellen macht aber wie macht man die wasserzellen ja indem man einen plus geht dann wasser hinein füllt was geht mach schnell die zellen ich gehe sie schnell aufbüllen nein ich will selber gehen dann mach du doch gib mir sie mir gib es irgendwie lädt der strom nicht auf oder ist das so weißt doch nicht wie elektro leiser funktioniert ich habe ihn noch nie benutzt warte brauchst du zählte es passiert nichts was ernsthaft wirklich legt sie hinein und linke funktioniert dann so ein elektro leiser ich weiß nicht man kann es auch nicht und klicken aber wenn der wasserflasche ja mit der geht es ganz bestimmt sicher ja und was soll man auch nicht es müssen diese zellen sein ich gehe schnell auf Google Dein Freund und Helfer Tech Tech Kit Light Elektro Leiser ich glaube der braucht habe doch mal ob warum also geben wir mal warte schnell ich schaue jetzt da gerade gerade ein video ja hättest du den von hinten drei sekunden angeschaut wüsstest du dass du gar nicht verbunden ist ja dass ich mit dem kabel verbunden und wie tut man ja vielleicht doch bei der mfsu wenn jetzt was in luft geht junge ich probiere warte ich schaue trotzdem noch ein video eben dies noch nicht voll wir haben viel zu viel strom ja das junge was was ist dieses ding muss die gemma weg dort weg wenn es jetzt in luft geht legte zellen hinein nichts was ist mit diesem ding doch nehmt warte 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 auf aus geh schnell weg bitte weg junge ist es getan ja warum da waren 300.000 ja was 300.000 jahr ja das ist einfach eine halbe mfe voll aber ich weiß nicht viel jetzt ok muss direkt an eine mfsu ja aber das weiß ich ja vorher auch ja aber es hat ja zu wenig strom drin aha wie viel strom haben wir noch in der mfsu keine ahnung ich komme gerade nicht hin wie viele zellen brauchst du äh 7 äh 7 äh 7 helix gut nummer 1 ist fertig alter es braucht sehr viel strom so den maschinenblock ein extraktor und ja wir haben noch 8,2 millionen juhu schnell ein katz bitte schnell weg danke was hast du gemacht ich habe schon die mfsu hier abgebaut um zu schauen wie viel strom das es braucht junge 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 zum glück gibt es dieses gute portal namens google kommt hier überhaupt schon was an warum kommt hier nichts an ich gehe mal schauen jo macht das also wohin hat sie begonnen diesen orangen Rahmen da zu bauen und jetzt geht wieder gar nichts gar nichts baut die schon keine ahnung was ich nicht oh das hat das kopf junge baut sie schon oder nicht äh es ist noch es ist noch am rahmen immer noch ja junge wie lange braucht die denn ne warte mal ja ich komme mal schauen ich komme mal schauen aha nein sie hat noch eine schieb oder ne hat sie nicht die ba probiert wasser abzubauen was ja wie bitte ja junge junge baut die wasser ab sie fliegt dort die ganze zeit rum und versucht da brauchst du eine pump warte lass mein zeugs bietet äh zu spät oh junge warum junge ich will ein zeug gar nicht lass es bist du weder ja ich bin irgendwie dort runtergefallen hat er auf einmal nur noch zwei herzen toll was hast du da noch dir ja ich hatte drei schwerter ein grünes ein blaues und ein rotes was grüne habe ich hier dann ein blaues angefangenes und das roten ja ich weiß schwer zu haben alle rausgeworfen okay und dann hatte ich eine range ja dann den golden chip genau 24 kabel ja warte ich habe immer gar nicht viel auch gesagt egal kommst du ja ich probier's boah die versucht die baut wirklich wasser ab nee das meinst du vielleicht nur junge die doch die baut wasser ab 300 prozent junge die macht den rahmen was junge die baut wasser ab ja glaubst mir aber du bist jetzt weg wenn du das konium schon mal mit eh wo sind meine schuhe immer schön das war ja und wie viel wasser mussten denn da abbauen du kannst ja auch eine pumpe setzen und dann alles wegpumpen so ist nur wohin war mal hast du ein volles jetpack nein nur 14 tagen ja kann ich bitte haben wieso geht das wasser zu bauen ja du hast eins auch wieder junge oh hattest du auch mal aufladen können ja ich habe nicht gesehen dass es schon so leer war ja ja eigentlich hätte ich es auch behalten können und dann dir ein neues bringen aber ah junge das ist die einzige wasser Junge wie lange dauert die Folge noch ja noch drei Minuten oh in fünf muss ich gehen in wie viel in fünf Minuten oh Junge oh kurz ich hab noch was zu essen mit dabei ist immer noch am wasser aber das machst du Kacken warum was Kacken also du schaffst jetzt sehr zu wie sie ja ich warte jetzt schnell weil die baut hier Schnee ab so und so jetzt braucht sie endlich diese scheiß Röhren dahin wieso hast du das genau gemacht uran uran wir haben sieben uran extrem viel ja ich habe immer das gefühl du bist nicht mehr da ich weiss gerade nicht was dieses scheiß Teil macht und so ist ein extractor muss ich bei dem verbesserten extractor noch mit resten unten ja ein Hebel was ist der nein Junge ich muss jetzt gehen muss gehen weil ich jetzt gehen muss ok also Leute wenn euch die Folge gefallen hat lasst eine positive Bewertung hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder macht's gut bis dann ciao ciao